Heute dreht sich alles um das Battle der Kameragurte. Von Retro-Luxus-Leder bis hin zum Hightech-Paracord. Ich habe mich mal umgesehen und sieben verschiedene Kameragurte von fünf Herstellern getestet. Am Ende des Videos weißt du, welcher Gurt den meisten Komfort bietet und welcher der funktionalste ist. Und weil ich eh so viele Kameragurte habe, kannst du zwei der vorgestellten Gurte gewinnen. Also bleib dran und entdecke mit mir den ultimativen Gurt für dein nächstes Fotografie-Abenteuer. Lasst das Gurtduell beginnen. Los geht's mit einem relativ schmalen Gurt, der eher für leichtere Kameras geeignet ist. Der Peak Design Leash ist ein knapp 2 cm breiter Gurt, der mit dem sehr bekannten Peak Design System an der Kamera befestigt wird. Der Vorteil ist, dass der Gurt jederzeit sehr schnell abgenommen werden kann und zum Beispiel gegen eine Handschleife getauscht werden kann. Über eine Schlaufe ist der Gurt einhändig von 81 cm bis 145 cm Länge verstellbar. Das ist ziemlich praktisch, wenn du die Kamera immer wieder fest am Körper tragen willst, wie zum Beispiel bei Städtetrips oder Wanderungen. Je kürzer du den Kameragurt einstellst, desto fester sitzt sie am Körper und baumlich nicht ständig in der Gegend herum. Der Leash ist für etwa 50 Euro zu haben. Meine Meinung zum Peak Design Leash fällt eher verhalten aus. Für leichte Kameras ist der Gurt ganz okay, aber halt auch nichts Besonderes. Das Design ist jetzt auch nicht gerade ein Fest für die Augen. Aber auf der technischen Seite überzeugt der Leash durch seine Funktionalität. Die Links zu den Produkten findest du übrigens in der Videobeschreibung. Manche führen direkt zum Shop des Herstellers und manche sind Amazon Affiliate Links. Was bedeutet, dass du den ganz normalen Preis zahlst und ich eine kleine Provision bekomme. Vom kalifornischen Hersteller Peak Design stammt der Kameragurt Slide Light. Wie der Name vermuten lässt, ist er die etwas schlankere Variante des ebenfalls erhältlichen großen Bruders Slide. Der Light hat eine Breite von 3,2 cm und eine Tragfähigkeit von 90 kg. Somit ist das Light für deutlich schwere Kameras bestens geeignet. Wie alle Kameragurte vom Peak Design ist auch das Light mit den omnipräsenten Ankerlinks ausgestattet und somit ziemlich flexibel. Dazu trägt auch ein kleiner Bügel am Gurt bei, mit dem die Länge von 99 bis 146 cm verstellt werden kann. Der Gurt ist auf einer Seite mit einem rutschfesten Material durchzogen. So kannst du ihn mit einem Handgriff auf deiner Schulter fixieren und verhinderst so ein Hin- und Herrutschen der Kamera. Auch wenn ich ihn nicht mehr nutze, mag ich den Slide Light ganz gerne. Er liegt angenehm auf der Schulter und hat einige ziemlich interessante Features, die das Handling erleichtern. Der Preis liegt bei etwa 80 Euro und zu haben ist das Light Light im Herstellershop selbst, bei vielen bekannten Online-Shops oder auf Amazon. Den Sea-Rope Traveller hatte ich schon mal und habe ihn dann verkauft. Ich wollte diesen Gurt aber unbedingt mit in den Vergleich aufnehmen, da er mir damals sehr gut gefallen hat. Deshalb habe ich beim Kölner Hersteller angefragt und für diesen Vergleich ein Exemplar erhalten. Aber keine Sorge, ihr hört trotzdem meine ehrliche Meinung und kein Marketing-Blabla. Der Traveller ist aus handgeflochtenem Paracord gefertigt und trägt sich sehr angenehm auf der Haut. Daran ist nicht nur das Material, sondern auch ein etwas breiterer Teil in der Mitte des Kameragurts schuld. Mit den beiden Schnellverschlüssen lässt sich der Gurt sehr schnell abnehmen und kann zum Beispiel gegen eine Handschlaufe desselben Herstellers getauscht werden. Mir gefällt der Sea-Rope Traveller nicht nur außerordentlich gut, ich finde auch, dass er einer der Gurte ist, der sich am angenehmsten trägt. Der Traveller ist in verschiedenen Längen für etwa 50 Euro direkt im Shop von Sea-Rope erhältlich. Der AKM25 fiel mir mal in einen YouTube-Wieh auf. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und den Gurt von Artisan & Artist bestellt. Richtig gut gefällt mir bei dem Gurt der Lieferumfang. Es sind nämlich insgesamt vier Schnellverschlüsse dabei. Zwei mit einem dicken Band und zwei mit einem relativ dünnen, sodass du je nach Öse an der Kamera und natürlich je nach Gewicht der Kamera den passenden Schnellverschluss wählen kannst. Der AKM25 ist 24 mm breit und hat eine variable Länge von 72 bis 115 cm. Aufgrund meiner Statur ist mir der Gurt leider etwas zu kurz, vor allem, weil ich meine Kamera gerne diagonal über die Brust trage. Der Kameragurt lässt sich mit Hilfe einer Schleife mit einer Hand in der Länge verstellen und ist durch den Schnellverschluss leicht abnehmbar. Mit 80 Euro ist der AKM25 nicht gerade günstig und auch nur in ausgewählten Online-Shops erhältlich. Das Material ist überraschend weich und trägt sich auch ziemlich gut auf dem T-Shirt im Sommer. Leider ist mir der Kameragurt von Artisan & Artist etwas zu kurz, was wiederum gut für dich ist. Ich verlos nämlich diesen Gurt mit dem gesamten Zuwähl. Wie du an den Gurt kommst, erfährst du gleich. Für gerade bei 40 Euro gibt es einen Kameragurt, der dem Peak Design Leash verdammt ähnlich ist. Der Falkheim Maglink Kameragurt setzt auf ein eigenes magnetisches Schnellverschlusssystem. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe diesem System anfangs überhaupt nicht vertraut. Ich habe immer gemeint, dass diese kleinen Verschlüsse doch ganz leicht aus dem Gegenstück rutschen müssen. Aber ich habe mich getäuscht. Die Teile sitzen richtig fest und lassen sich tatsächlich nur lösen, wenn man an der richtigen Stelle zieht. Den fast 20 mm breiten Kameragurt gibt es im Shop von Ulanzi. Er lässt sich über eine Schlaufe am Gurt sehr schnell in der Länge von etwa 80 cm bis 1,40 m verstellen. Zwar trägt der Falkheim Maglink bis 60 kg Lauthersteller in der Praxis, wird der schmale Gurt aber eher an kleineren Kameras zu finden sein. Da ich diesen Gurt ebenfalls nicht mehr nutze, hast du jetzt die Chance, den Falkheim Maglink oder den eben erwähnten Artisan & Artist AKM 25 Kameragurt zu gewinnen. Schreib einfach in die Kommentare, welchen Gurt du haben willst und welche Kamera künftig daran befestigt werden soll. Ich ziehe dann einen Gewinner und melde mich direkt über die Kommentarfunktion direkt bei den beiden Siegern. Den Kameragurt Seemannsgarn aus dem Online-Shop von 1972 gibt es in einer riesigen Variantenvielfalt. Fotograf und YouTuber Patrick Ludolf fertigte Gurte aus echtem Tauwerk, das aus dem Schiffbau stand. Die Enden werden gespleißt und so entweder ein Schlüsselring oder ein Peak-Design-Schnellverschluss eingearbeitet. Das ist aber nicht die einzige Entscheidung, die du treffen musst. Du musst neben der Dicke des Seils, die von 8 mm über 10 mm bis 12 mm geht, auch die Länge des Gurts wählen. Zu guter Letzt hast du noch die Auswahl aus mehreren Farben für das Seil selbst und das Tackling, was im Endeffekt der Garn ist, mit dem der Gurt vernäht wird. So kommt das Seemannsgarn übrigens auch ohne Kleber aus. Der Gurt ist direkt im Online-Shop von 1972 ab 59 Euro erhältlich. Das Seemannsgarn ist zwar nicht in der Länge verstellbar, trotzdem ist er einer meiner liebsten Kameragurte. Schuld daran ist das weiche Seil und die runde Form des Taos. Ich bin relativ lange um den Smoothie-Ledergurt aus dem Shop von 1972 herumgetanzt, bis ich eines Tages ein Exemplar auf Kleinanzeigen entdeckt habe und ihn einfach kaufen musste. Der Smoothie ist einer der wenigen Kameragurte in meiner Sammlung, die kein Schnellwechselsystem nutzen, sondern mit einem Schlüsselring direkt an der Kamera befestigt werden. Den Smoothie gibt es in unterschiedlichen Farbkombis und in zwei Längen. Ich habe die Variante mit 125 cm und da ich den Gurt gerne in Diagonal trage, ist er mir leider etwas zu kurz. Über das Design brauchen wir gar nicht lange diskutieren, das ist nämlich richtig stark. Ein feines Leder wird von einem dicken Garn eingefasst und das verleiht vor allem klassischen Kameratypen ein richtiges Retrofeeling. Den Smoothie-Kamera-Gurt gibt es für 89 Euro direkt im Shop des Fotografen und YouTubers Patrick Ludolf. Da ich schon öfters gefragt wurde, der Gurt ist super weich und überhaupt nicht steif oder hart. Er trägt sich ziemlich angenehm. Lediglich im Sommer kann es unter dem Leder am Nacken etwas warm werden. Puh, das war jetzt eine ordentliche Auswahl von Kameragurten. Für mich haben zwei Gurte die Nase vorn. Und zwar mag ich den Zero-Up Traveller und das Seemanns-Garn von 1972-70 am liebsten. Die beiden Gurte passen perfekt zu meiner Art des Tragens, nämlich diagonal über den Körper und fühlen sich sehr angenehm an. Beide haben ein unterschiedliches Schnellverschlusssystem und sind flexibel gegen eine Handschlaufe austauschbar. Insgesamt finde ich, dass kein Kameragurt qualitativ abfällt und alle irgendwo ihre Vor- und Nachteile oder Einsatzgebiete haben. Ein so ein Kameragurt ist eine Geschmackssache und eine Stilfrage. Während der eine auf eine edle Leder-Retro-Optik setzt, wählt der andere lieber das vielleicht flexiblere Peak-Design-Leash. Ich hoffe, dir hat mein Vergleich gefallen. Wenn ja, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und vergiss auf keinen Fall zu kommentieren, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest. So, das war's jetzt für heute. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg und gehe noch ein bisschen fotografieren. Bis bald.